So, da sind wir wieder, wieder auf Hochdeutsch und ich habe mir die Aufnahmen angesehen und naja, es war nicht mein, ähm, fuck, nein, es klappt ja gar nicht, da ich ja den, da ich den Teleport nur benutzen kann, wenn ich gelb bin und wenn ich gelb bin, kann ich keine Eisblöcke benutzen. Naja, was ich sagen wollte ist, ähm, das war nicht mein bestes Schweizerdeutsch, ähm, also mein bestes im Sinne von schweizerischstes, schweizeristes, ähm, das schweizerischste, das beste Schweizerdeutsch, das lag einfach daran, dass, naja, dass ich einfach Hochdeutsch jetzt gemacht habe, so lange und dann es halt eine Umstellung ist und, ja, wenn ich wieder mit Freunden rede, das ist natürlich besseres Schweizerdeutsch. Meine Schweizer Freunde, das solltet ihr auch wissen. So, das machen wir so, ja, der Fokka, der weiss doch einiges hier, oder? Hättet ihr das auch auf einen Schlag gewusst? Naja, war auch ziemlich offensichtlich, finde ich. Aber ich bin trotzdem stolz auf mich, dass ich es gewusst habe. Und ich berne diesen Typen da mal weg. Ich berne ihn nochmal weg, also den anderen Typen. Ja, ich könnte runtergehen, aber ich gehe lieber hier in den Lift. So, und wie es aussieht, ein neues Upgrade. Schauen wir uns dieses Mal an. Das kenne ich noch nicht. So, Upgrade, yeah. Ok, ähm, die Eisblöcke bleiben auch bestehen, wenn ich die Farbe wechsle. Das ist gut. Das schlechte ist, dass es noch immer schmilzt. Ja. War auch irgendwie nicht anders zu erwarten, oder? Habt ihr etwas anderes erwartet? Ich für meinen Teil nicht. Äh, Moment. Ich glaube, da komme ich wieder nicht raus, also setze ich hier in einen Teleporter und gehe mal hin. Ha! Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, 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 gewusst. Und ja, das Level, äh, wie es aussieht, sind diese Upgrade-Level immer etwas kürzer, da sie eigentlich nur zeigen sollen, ja, dass ein neues Upgrade für FIFA ist. So, setzen wir hier mal diesen Teleporter hin. Werden wir wieder rot und wieder gelb. Und fallen wir hier runter. Und gehen wir hier hin. Jetzt hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Und äh, jetzt. Hier hin. Oh, gut. Das ist sogar richtig. Und jetzt mal im Ernst. Das hat's, ja, sowas von im Ernst etwas gebracht. Das nicht so. Es laggt. Ich will nicht, dass es laggt. Ich bin ein echter Gangster. Ich habe mir Finger in Popo gestellt. Ja, kennt ihr das? Natürlich kennt ihr das. Jeder auf YouTube kennt es doch. Also jeder Deutsche auf... äh, zumindest. Und Schwei... Oh, fuck! Und Schweizer kennen das auch. Nein, nicht alles wieder von vorne. Ah, fuck. Komm jetzt. Komm. Komm. Jetzt machen wir das ein bisschen schneller. So. Und wir sterben. Ja. So schnell geht das. Komm jetzt. Komm jetzt. Ja, ich sage wieder. Komm jetzt. Komm jetzt. Ich komme doch schon. Ja, ja, aber komm jetzt. Komm jetzt. Komm jetzt. Komm, komm, komm jetzt. Komm jetzt. Wahrscheinlich nerv ich auch schon damit ab. Was soll's. Was soll's, Leute. 急 going. Komm. Nein, nein. Nein, nein. Ja. So ist gut. So. Wieder rauf. Rauf rauf. Und äh, hier hin. Hier hin. Es geschafft und diesmal töte ich diesem Wirt da. Da ich nicht nochmal sterben will. Dies Teil verfehle ich. Moment, Moment, Moment. Seht ihr das? Seht ihr das? Der Block bleibt stehen, obwohl die blaue Unterlage gar nicht mehr existiert. So, irgendwie. Ihr versteht was ich meine. Hoffentlich. So, und wir haben auch dieses Level hinter uns gebracht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und das nächste ist wieder mein Boss Level. Yeah! Gehen wir mal zum Boss. Und ich löste mich wieder mit Eis aus. So. Wo kommst du hin? Und mir fällt gerade auf, hier sind keine Türen. Aber deswegen kann ich meine alte Taktik hier benutzen. Oh nein! Und ich springe mit meiner alten Taktik in den Tod. So. Vielleicht schaffe ich das noch in dieser Aufnahme. Wäre gut. Oh, oh, oh. Schick. So, wir müssen hier mal laufen. Okay, wir brauchen das Hollande. Hier. Oh. Oh, oh. Welche Massen. Ich bin fast wieder im neuen Teil abzusetzen. Oh, oh, oh. Oh, oh, das ist nochmal. So, komm schnell, wir müssen das schaffen, diese Aufnahme, denn ich will es nicht noch in die nächste mitschleppen, diesen bösen Boss. Nein, ja ich habe es geschafft. Man schafft es sogar ohne diesen Eisblock, wieso mache ich ihn dann überhaupt? Wahrscheinlich zur Sicherheit. Ja, zur Sicherheit. Komm schon, ich kann dich treffen, oder? Nein, w- what? Was sollte das? So, jetzt aber. Komm schon! Nein, nicht den Schleimspucker. So, jetzt aber, komm. Komm. Nein, es wird wieder nichts. Nein, hör, oh Gott, hör doch auf. Oh, a word earned. Ja. Wahrscheinlich, weil ich so oft gestorben bin. So, sehr gut. Diesmal habe ich es geschafft. Komm schon jetzt. Nein, er spuckt wieder dieses Teil. Jetzt aber. Ja. So, jetzt muss ich dann aufpassen. Ja. Erstmal treffen. Und jetzt aufpassen, dass er mich nicht trifft, denn ich will das nicht nochmal machen. Ja, komm. Ja, komm. Rüber. Ja, geschafft. Noch einmal, noch einmal. Komm, 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 komm. Das schaffen wir doch. Los, verschwinde. Geh in deine Gruft zurück, du Grufti. Ich habe nichts gegen Gruftis. Nein. Fock hat gegen niemanden etwas. Das war knapp. Komm jetzt, bitte. Nein, komm. Bitte. Bitte. Nein. Ich habe doch gedrückt. Ich habe doch gedrückt. Komm jetzt, nochmal. Bitte gib mir doch eine Chance. Nein, er spuckt. Er spuckt. Ja, und ich bin ausgedrückt. Er spuckt wieder. Wow. Wow, das war wieder mal knapp. Zu knapp für meinen Geschmack. Ja. Geschafft, 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 geschafft. Ist er besiegt? Ist er besiegt? Yes. Ich habe ihn doch noch besiegt in dieser... Oh, ich muss noch rüber. So, Eisblock. Rüber mit dir. Oh, geschafft. Sehr gut, sogar noch in dieser Folge. Und ja, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir... ähm... Proceed with... Caution. Äh... Caution. Wie auch immer mein Englisch scheiße. Nämlich in Level 41. Also bis dann, Leute. Man sieht sich und so, ja. Blublub. Von zum Neco. Los. Mit.